Goro versucht schon wieder. Ich will einmal gucken, wie das geht. Hey, einfach mit F. Der Verbot da durchzukommen. Das gibt's ja nicht. Der Crabster ist so P. Pass auf, Julia, die kommen hier. Ja, einfach so viel. Hast du so eine Fähigkeit, Julia, wo du die sehen kannst? Mit Q, glaub ich. Leider nicht. Oder E. Ja, oder E. Stimmt, E war's. Okay, ich wag mich nochmal nach vorn. Unter uns rechts einer. Passt auf, das ist ein Wiesbom-Punkt unter uns gebaut worden. Ich habe ihn sichtbar gemacht. Nein, 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 nein. Hallo, Herr Dahl! Was macht's da? Na, ich habe mir einen Tunnel gebaut. Wallhack. Oh, der Maru hat da wieder die Defense. Geh mal ruhig wieder in die Offense, Maru. Hol ihn dir, Marus. Bin ich schon. Hol ihn dir, Marus. Oh, der Maru hat da wieder die Defense. 2 Schneemännern weg. Oh, kurz nachladen. Was? Oh, der ist so OP, ey, das geht gar nicht. Schade. Den kriegst du nicht stauen. Kann ich nicht gut austreten. Hättet ihr mir das vorher gesagt, hätte ich den nicht genommen. 2 Schneemännern jetzt. So, findest du nicht gut? Alter! Cockwheel! Was passiert hier? Aua, Alter, du haust aber auch gut rein. Ja, aber nur im Nahkam. Danke, dass für mich geht das. What? Wieso? Seine Schneemänner haben mich erschossen. Ja, wir brauchen diese Schneemänner. Der ist oben rechts, Granz. Guck nach oben. Da ist niemand. Nein, nein, nein. Da, da war richtig. Genau da, wo du hingekauft hast. Mich würde gar nicht interessieren. Ich kann meine Special ja gar nicht machen. Wir haben Cockwheel leider so noch nicht gespielt. Ich würde gerne wissen, was das ist. Dann kann ich das sagen. Ich kann mit 1 ein Wiesengeschütz aufstellen. Und mit F kann ich ein Ding werfen, wo das Geschütz hinschießen soll. Und das Teilwerfen kann ich nicht mehr. Wie da alles verpestizidiert hier, ey. Moment, 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 Moment. Das tut mir ja selbst weh, oder ist das deren Bedürfnis? Das Feuer tut ja auch weh. Oh, Kuro! Na, ist da? Ey, wir müssen jetzt endlich mal den Q-Down kriegen, hier. Hast du dich selber gekillt gerade schon? Nee, jein, ich war schon so weit. Ach, der ist wohl schon im Q. Ach, Leute. Den Kranten nutzen und den Kundenbausch gut machen. Beschwerd! Kuro ist hier auch bei uns. Ich glaube, Maru röstet unseren Cube da die ganze Zeit mit Gift. Macht leider keinen Schaden auf den Cube. Dynamit macht Schaden. Ja. Ja, auch nicht viel. Also, das ist Kuro da. Das haben wir eh gesehen. Das war nicht viel. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist die Runde denn vorbei? Ich hab drei Cubes. Drei Cubes. Pass auf, Ska-Crams kommt! Nee! Crams kommt! Mach die Platz! Man hat mir meinen Tunnel kaputt gemacht. Oh! Ja, das Ding ist... Wer ist denn hier? Hä? Was warst du denn hier? Nächstes Mal geh ich einfach wieder den normalen Weg, ey. Das Ding wechseln! Ich kann's nicht wechseln! Ja, endlich! Limmelt hat er die ganze Zeit rufen, ey. Oh nein! Unser Cube! Gaspelant vom Ping gerade! Unser Cube! Unser Cube! Unser Cube! Ah! Wer hat dann Damage gemacht? Warte, wir machen keinen Schaden! Craps! Wir machen keinen Schaden! Doch! Warte doch! Unser Auge ist der Attack! Mach doch! Doch, der Cube ist gut unter... Ja! Verdammt! Haben wir den Cube zerstört? Weg da, Grants! Oder wer ist das? Von mir nicht rein! Dynamite! Achtung, bei uns sind auch nicht getreten! Wer verteidigt bei uns? Maro hat beide von uns gekillt und baut grad das Dynamit ab, wenn das geht! Ja, geht! Echt, du konntest das Dynamit abbauen? Ja klar, du konntest abbauen! Einfach draufhauen mit der Schaufel? Ja, ja! Einfach normal abbauen! Oder draufschießen, ne? Oh, schöner Respawn-Punkt! Es ist schon fies, wenn ihr halt Leute habt, die alles das Spiel schon kennen, so... Du hast ja nicht viele Fähigkeiten! Ja, ein Respawn-Punkt! Unser Respawn-Punkt! Bist du runtergefallen? Lass das! Hey! Ich bin direkt in die Lava gefahren! Ja, Arsch! Hör auf! Komm her! Warte, ich habe keine Waffe in der Hand! Komm her! Vorsicht! Kleine Explosion! Komm her! Am Rande! Oh! Damn! Der Kapuze! Ja! Das hier auch noch! Ne, immer Kapuze kaputt! Oh! Wo ist denn der Kapuze? Hier draußen, beim ersten Cube! Der Kapuze, der ist kaputt! Da bin ich gesehen! Du hast keine Chance gegen dich! Könnt ihr jemand von euch hier in der Radar fangen, in der Nähe machen? Wo der Respawn-Punkt ist? Wo ist der zweite Respawn-Punkt? Da wo du spawnst davor! So einst hier in der Mauer? Wo bist du? Okay! Auch ja! Müssen wir nur schwer besser verstecken im Unterwand dann! Unter uns schon wieder! Ach, unter uns ist der Respawn-Punkt! Okay! Hallo! Das was Crabs, ey! Hier! Eigentlich, ey! Das kann ja nicht! Wer ist denn da wieder Goro? Ich hau dir auf die Schnau! Jawohl! Warte, wer ist denn das? Verdacht das Giftgas, ne? Goro mach weiter! Mach weiter, Goro! Ich hau dir zu! Du machst das gut! Schraff, es geht euch da! Ach so, ja! Ich wollte es hier zubauen! Okay, lass mich raus! Voll gemacht, Manus! Oh! I'm sorry! Ja, danke! Was ist denn das hier jetzt eigentlich? Bau es jetzt einfach mal! Hahahaha! Wer ist denn da einfach aufgefallen? Was soll das? Goro bei? Hey! Hashtag bei Capuzzo läuft's! Ja! Gar nicht! Der läuft hier weg! Ah, was da! Manus ist da drin! Achtung, wir sind bei uns drin! Unser Cube! Ah! Ein bisschen was konnte ich holen! Viel war es nicht! Nein! Da ist noch irgendwo da! Der ist ganz oben! Der ist ganz oben! Wuhu! Waaaah! Hat ja wie getan! Boah! Das ist schrecklich! Das ist leck! Genau! Das sind die Legs! Äh! Schade! Das funktioniert nicht! Ich wollte was testen! Ob, äh... Genau! Ob so'n Dropper baut! Okay! Ja! Hm! Oh Gott! Ich bin doch wieder beschadet! Hallo! Ich kletter doch gerade! Nicht auf Klettern! Nicht auf Klettern! Hey! Wofür willst du hin? Oh! Da kann man nicht! Da kann man nicht! Da darf man nicht lang! Da komm ich nicht hinterher! Ich bin zu dick dafür! Ich irgendwie nichts finde wo was ist! Kletterino! Ja! Sober! Sober! Na dann baue ich einfach weiter hier! Brauchen wir noch ein Radar hier Mauro? Ne! Boah! 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 wenn ich mal Waffe gewechselt habe, während Tino hier rumhaut. Mann, was ist hier? Nein, ist er nicht. Ja, benutzt das hier quasi aus, dass ich nicht eins schießen kann hier. Was? Ja, ich kann nicht zurück schießen, wenn du scheiß den Hack. Ja, Entschuldigung, dass ich hier den Cube angreif von euch. Ja, ich kann dich nicht zurück schießen. Ja, passiert. Ja. Ich hab noch ein Ziel, und das ist euer Cube. Ach, Dalu ist schon wieder drin bei unserem Cube. Heul in dir! Ja, kann ich nicht. Ich kann nur gerade hier gucken, und weg. Ja, super nice. Sehr gut. Aha. Oh, hier schießt einer mit Gift. Das darf man nicht. Gift ist, also, das war damals schon verboten. Nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Alter. Aber wir müssen das ein bisschen besser machen mit Offen zum Tiefen. Ja, das machen wir ja im Ne... Hallo. Hallo. Wo verfolgst du mich denn? Hallo. Jeder hat hier seine Aufgabe. Ja. Ja, ich baue alle 10 Sekunden einen Block, das ist eine sehr schöne Aufgabe. Hast du meinen Spawn da gelassen? Du hast doch kein Gesetz, du bist gelaufen. Okay. Wenn du meinst. Ach so, das Ding dann. Einen habe ich vorzerstört. Aber... Nein. Aber... Ah Kapuze, der müsste ein bisschen besser zielen. Goro bei mir wieder abgestochen werden, sehe ich gerade. Und Kapuze erst! Kapuze! Erst Kapuze! Komm her, Jones! Haha, ich stecke die ab! Und jetzt hole ich mit Goro noch... Oh, Crap, du Schlingel! Oh, 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 oh! Wo kamst du denn her, ey? Sag ich nicht! Oh, ich will aufgeladen werden! Wollte ich gerade Dynamite und alles platzieren. Oh! Oh! Oh, der Nanox! Cube kann man nicht herparieren, wohl wahr, ne? Ne, ne. Bist du bei dir ein Cube? Wir waren wieder weg, da! Oh, oh! I think enemy Cube is under attack! Unser Cube aber auch! Was? Also von Damage her wohnt ja auch schon. Ja, aber es ist alles gut. War nur Kapuze, ist schon wieder weg. Ich frage mich bei euch! Ach Kapuze war es nur! Ja, das wäre easy. Geh weg, Cockwheel! Ich muss doch Crapzy! Ich wollte die jetzt abverhauen! Kapuze! Dass sie ihn an dir versteckt! Ich weiß! Danke schön! Ey, was soll die Scheiße? Fuck! Grants, kommst du euch jetzt? Irgendwer ist schon bei uns. Irgendwer ist schon bei uns. Aber wie... Wie mache ich denn Schaden an dem Cube? Mit Nahkampf draufhauen. Hab ich Nahkampf? Ja, eh! Deine Abbau! Deine Steinabbau! Hand! Was soll? Ey, Grants! Irgendwer? Craps, ober dir! Ober dir ist Grants! Obo dir ist Grants! Obo, Goro sind wir noch hier! Du bist so ein alter Verfolger, Goro! Irgendwer klappt sich hier doch bei uns! Man hört ihn ja! So ein richtiger Stalker, ey! Adios! Da bist du doch dein König der Verfolger. Aber wieso kriegt das Ding denn kein Schaden? Crap, das ist unter Cue. Crap, das ist unter Cue. Deswegen kriegt das Ding kein Schaden. Oh nice. Warte mal, warte mal, Talu ist da. Ne, ne, totaler Quart. Talu ist doch eben in die Lava gefallen. Eben, ich bin bei uns in der Base, glaube ich. Nein, hör doch mal auf, wie du rumkissen. Hör doch mal auf, wie du rumkissen. Ich fährst jetzt hier mal mit. Komm hier nicht mehr bei uns. Vorne raus. Hm. Grant, siehst du das? Ne. Hört ihr es brutzeln? GORO! Überall Dynamit! Scheiße. Ja, ich will es nicht abbauen, aber ich komm mit dazu, weil ich lege. Du stehst links neben mir, Goro. Und ich leg da drei Dynamit-Dinge. Und dann brutzelt diese Schlöne. Blunte auch so rum. Was ist das? Oh. Oh. Oh, Base und Attack. Irgendeiner macht da Mist. Wer denn? Ich. Versionen raus. Ich bin mit, ich kann sie nicht abziehen. Hahahaha. Wie ist denn das? Wir sind schon alleine doch meine Fallen. Alle Sterben. Ach, Julia, ja, ja. Oh, was ist da explodiert? Das war gerade meine Handgranate, meine Scratchelwetten. Und die Bombe! Vier! Drei! Zwei! Maru, Maru macht da Mist, der baut ab. Hä, was war da denn los? Los, immer drauf hier auf die alten Bäume! Viel hat er nicht mehr, viel hat er nicht mehr. Oh, jetzt will der Maru mich brutzeln. Ah, da hab ich echt viel abgezogen gerade. Mhm, wirklich gut gemacht. Der Heiler haut aber auch Damage raus. Ja, dann bist man nicht nur Heiler, aber der Typ ist krass. Der ist voll geil für die Defense, weil du musst einfach nur diese Granate da hinschießen. Und egal wo du bist, du kriegst halt Schaden. Das ist schon ganz nice. Also für die Verteidigung finde ich ist der schon super wichtig. Auf jeden Fall. Ich kann meine Rauchbombe nicht nutzen, ne? Wahrscheinlich wieder spielen zu können. Kommt ja dann vielleicht gleich, wenn du gleich gucken kannst nach dem Match, woran es liegt. Nein, ich wurde angegriffen mit dem Vidos. So, was denn jetzt, holt ihr euch den Cube jetzt noch oder nicht? Da ist er, da ist er drin. Da ist wieder der Goro. Kann ja mal jemand töten? Hallo. Ah, ich geh ja schon. Gieß Gas. Was? Hä? Was ist denn das denn so komisch? Was ist das denn? Das habe ich aber nicht gebaut. Und? Hey, hey! Hau ab! Ah! Goro! Lass mich in Ruhe Goro! Schieß den Granaten rein, ey! Die feige Sau! Hinter dir Goro ist auch noch jemand. Ach du Arsch! Wallhack! Goro hinter dir ist auch noch einer. Ja. Ja. Haben wir eigentlich... Zwei sogar. Wir verteidigen ihn, oder? Goro hat echt hier Wallhack bestellt. Von Kapuz, ey. Kann ja nur Wallhack gewesen sein, ey. Ich habe mich da so cool durchgebaut. Oh, unser Cube ist under attack. Unser Respotpunkt ist für den Arsch! Der ist in der Luft. Spot nicht an dem Respotpunkt. Deswegen, da bin ich ja vorhin auch schon durchgegangen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. War Yuya das, oder was? Ja, klar. Our Cube is under attack? Maru! Ja, die hauen drauf! The Crabs waren... Nein, das ist noch einer. Maru und Crabs haben draufgehauen. Sind die tot? Ja. Wer verteidigt ihn jetzt eigentlich? Ich bin da. Okay. Ja, also niemand. Also keiner, was machst du? Ich? Ich will jetzt... Ich will angreifen, aber ich sterbe schnell durch die scheiß Brandfall, die du da gelegt hast. Oh. Dann schießt ihr ja kaputt? Ja, mach ich. Aber da kommt ein dreckiges Sniper. Scheiße, ich mein jetzt... Guck, wie ich mich am Schluss... Das war der Revolver, du Sniper. Boah ey, das ist wirklich ein Sackgang mit dem Sniper. Da war der Revolver! Mhm. Hör mal! Du willst bitte aufhören mit der kurzen Jump-Fischweiße packen? Kapuzel! Kapuzel! Ja, aber er hat da kein Benehmen. Hey! Ihr habt doch kein Benehmen und haut ihr auf unseren Cube drauf. Weiß nicht. Ja, ihr auf unseren! Ihr habt ja noch zwei! Anderthalb! Shurikan. Da wurde jetzt halt unsere eigene Cube angegriffen. Ja, aber kein Schaden genommen. Ja, das ist ein Glück. Das wäre sonst blöd gewesen, nicht wahr? Da, 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 da! Das war jetzt nicht so schlau. Da wurde ich schon wieder oben rein. Maru ist grad down! Da ist grad kein Gift! Ja, weil hier überall Schnee, wenn er hinbaut. Frosty Schneemann! Der Gomo sieht mich nicht! Der Gomo sieht mich nicht! Der Gomo trifft dich nicht! Doch, er kann aber nur im Springen, leider. Hol die dir! Ist dein Ex-Winning! Nein! Dalu, hol den Jucht! Ich werd hier beschossen, ey! Yes! Rennst jetzt! Lies das! Hey! Ich komm wieder! Wir brauchen die Schneemänner hier! Ich komm wieder! Der Dalu ist so wie ne Obst! Wir müssen Mücken, ja weißt du! Wenn du Obst hast, kommen wir da so Mücken! Und man weiß nicht woher die kommt! Und genau so ist es Dalu! Der sprit ja von außen rüber! Der hat irgendwo auf dem Berg oben sein Schlapp um ihn gesetzt! Ja, aber ja! Ja, aber da kommen wir halt nicht hin, weil... Da kommen wir schon hin, aber... Ja, wir mit 300 Kisten! Das dauert halt ewig! Du klesierst halt nicht, weil du dann bis... ...borderall im Verwandes bist! Hä? Kann man noch in den Wolken laufen? Ne, ne ich hab, ich hab auch keinen Respawnpunkt gerade! Ich kletter einfach immer nur Raburko! Ich kann auch, ich bin Ninja, ich kann an Wänden klettern! Ja! Ich seh schon! Nice! Jetzt seh ich mal wo er ist! Für dir! Ne! Abgebrochen! Oh! Ist sie, ist sie tot? Ne. Ach, da hinten. Aber ich hab dir noch einmal in die Schnauze gehauen. Mano, sehr riskant. Du kriegst das hin. Das wird doch nix. Das wird was. Wo bist du hin, Mano? Wo sind die anderen eigentlich? Ich seh. Wo, Kapuze, wo bist du? Oben, ich schieße gerade auf Meldes. Und jetzt holt er die Schaufel. Ja, aber wir müssen den Cube kaputt machen. Ja, aber ich hab nicht die Klasse, um den scheiß Cube kaputt zu machen. Hattest du auch nicht, als du den Schurken hattest, hast du gesagt. Nein, mit den Schurken kannst du im Nagel bist ja viel schneller. Du fandst den Schurken nutzlos. Ja, stimmt. Jetzt hättest du ihn gern zurück was. Ja. Ich glaub, ich kann ihn gar nicht. Deswegen spiel ich einfach mit Touretto. Wieso, Victor? Kein Interesse. Wird wieder reingepuddelt. Wie so ne Schlange. The Rattlesnake! Ich kann da, man kann da... Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Grant wollte schon wissen, ich schnee mir da auf, ey. Ja eben, und das haben wir zum Beispiel, Garnel. Und ich nehme das nicht super. Ich bin super. Brennt da wieder alles. Tschüss! Wir machen doch gleich andere Teams. Habt ein bisschen Spaß? Ich hab ne gute Idee. Spaß, Spaß, Spaß. Aber jetzt muss ich erstmal hier den Tube. Spaß, Spaß. Wie ein Left 4 Deck hier. Es gibt gleich Spaß da. Beschützen. Grants droppt auf den Tube und jetzt buddelt doch einfach. Nein. Boah, an dem Ding. Oh, da ist doch der Goro. Ja eben, deswegen sollst du ja bohren. Mach das Ding kaputt, go wow. Und jetzt mach den da kaputt, nicht mit der Schaufel. Lass mich den einfach kaputt machen. Guck, ich hab auch den Schneemann im Namen, ey. Ich hab auch den Schneemann im Namen, ey. Weil ich die Schneemann baue. Was keine Erfahrung bekommt, toll. Ja gut, ja gut. So, was haben wir denn für Erfolge bekommen hier? Destroyer! Ich bin der Destroyer, Leute. Ahaha, Skate Class Heroes really beat you up bad, Kapunze. Du wurdest outclassed. Erfolge, rechte Seite. Bei Goro auch. You sure got beaten up. Guck mal, wenn wir mal los. Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das da, Lo? Links steht dein Name, rechts steht dein Erfolg. Ja, ja. Weapons are your friends and you were very good at using them, steht bei mir. Ja, ja. Natürlich steht das bei dir. Na, was steht bei dir? Bei mir steht Skate Class Heroes really beat you up. Ja, bei dir steht bei mir Blocks really beat you up. Meins are terrible for not. Pass auf, bei mir steht, you spent a lot of time really, really hurt. What, no friends to heal you? Das hab ich auch. Warum steht bei mir awesome at moving around in the map? Ja, weil du nur rumgelaufen bist. Ja, weil mir steht Renner. Du bist Skate. Aber wir haben alles noch gesehen von der map. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.